Wir werden dieses Ritual zerschlagen, doch nachdem König Aromolus und seine Krieger hierbleiben werden, sind nicht mehr viele Gefährten da. Wollt ihr uns unterstützen, Angraxer? Wir können die heilige Höhle nicht im Stich lassen, die wir mit so viel Blut verteidigt haben. Verschnauft hier, stärkt euch noch einmal und lasst mich euch mit anderen Kräften als mit unseren Äxten helfen. Ähm... Gut, das kann ich gebrauchen, kann ich euch noch etwas fragen. Ihr meint den Segen eures Gottes, ruft Angrauschkräfte herbei und dann ziehe ich sofort los. Malgoa darf keinen weiteren Augenblick geschenkt werden. Gut, das kann ich gebrauchen, kann ich euch etwas fragen? Gerne beantworte ich eure Fragen, denn es freut mich zu sehen, dass eure Kampfkraft, eure Trinkfestigkeit in nichts nachsteht. Was ist ein geodischer Steinkreis, der dort oben auf dem Gipfel steht? Der Drakensankgipfel ist ein Ort der Macht. Etwas Bedeutendes ist vor Urzeiten auf diesem Gipfel geschehen. Unsere Zauberer, wir Zwerge nennen sie Geoden, haben vor Jahrtausenden an diesem heiligen Ort einen Steinkreis errichtet und die magische Macht der Elemente dort zu bündeln und zu nutzen. Ihr sprach von Toren zum Limbus, was genau ist damit gemeint? Der Limbus ist jene Zwischenwelt, über die andere Sphären und Welten erreicht werden können. So heißt es, die Kultisten haben nun mit magischer Macht hier solche Tore erzeugt, um anscheinend jene drachischen Kreaturen aus einer anderen Welt zu rufen. Was hat es mit dieser Höhle auf sich, die ihr so erbittert verteidigt? Die Hammerhöhle Malmasom, wie wir sie nennen, ist ein Heiligtum Angrosch unseres Schöpfers. Hier kann man Angroschs Hammerschlagen hören. Wenn der einst seinen Hämmern verstummt, dann wird die letzte Zeit der Zwerge mit der großen Schicksalsschlag gegen die Drachen anbrechen. Lasst uns hoffen, dass diese Zeit noch weit in der Zukunft liegt und nicht schon heute beginnt. Ich weiß genug, für euren Segen wäre ich nun dankbar, da ziehe ich sofort los. So, ein Autosave. Was stand da gerade? Acceleratus. Aber wie lange hebt der? Das steht da nicht. Okay. Berg der Entscheidung. Geschlossen wurde Hilfe für die zwergischen Priester. Die Angreifer sind zuerst zurückgeschlagen, damit ist den Heldenangragshilfe sicher. Besiege die Angreifer. Die Angreifer sind zurückgeschlagen und können die Zwerge die Berikaden wieder besetzen und sich neu formieren. Ja. Der Weg, der Berg der Entscheidung. Suche einen Weg zum Gipfel. Passiere den Durchgang. Zerstöre das zweite Portal. War Berg der Entscheidung schon an? Ich glaube, ja. Ja, das haben wir schon gelesen. Passiere den Durchgang. Um zum Gipfel zu kommen, muss ich durch den versperrten Durchgang gelangen. Offensichtlich wird die magische Energie der Barriere durch die Limbus-Portale gespeist. Wenn alle Limbus-Portale vernichtet sind, wird auch der Durchgang frei sein. Ja, zerstöre das zweite Portal. Ich muss das nächste Portal finden und zerstören, damit wird der Durchgang zum Gipfel weiter geschwächt und die Angriffe auf die Zwerge gemildert. Also ja, da kommen schon wieder Mantra-Keh. Das hier kann ich schließen eigentlich. Bei Angrosch-Sparte, ihr lebt noch. Wie viele Kerben darf ich für die Zahl eurer erschlagenen Feinde in den Fels retzen? So, einiges. Strömfassen vom Drachenkreator den Berg hinab. Wir haben den Gipfel noch nicht erreicht. Unser Schicksal im ganzen Aventurien steht auf der Isra-Schei-Bredo hier. Braucht ihr unsere Hilfe oder einen Rat? Wir haben noch nicht alle Portale finden können. Wisst ihr, wo sie sind? Nein, wir sind nicht weiter als bis einmal zum Vorgeschossen. Ihr müsst selbst herausfinden, wie die Lage oberhalb der Höhle ist. Ich mache mich dann auf den Weg. Gut. Beugt euch nicht so vor mir. Das war eine Selbstverständlichkeit. Zeigt mir, was ihr bei euch führt. Jetzt ist jede Hilfe wichtig. Also Heiltränke, Schneidzahn. Gut. Dann können wir den Schrott verkaufen, den wir hier gerade noch so haben. So, Mantra-Key. Der Mantra-Key ist so gut wie tot. So, jetzt haben wir noch einen. Okay, jetzt sind alle hier weg. Und ja, hier wächst zwar viel Ocklin-Wurz, allerdings... Puh. Ja. Dann kommt nämlich schon wieder ein Mantra-Key runter. Einer jedenfalls. Ich versuch' mein Bestes. Mein Atem geht um. Alles klar. Vorwärts. Okay. Noch zweimal Trak-Key. Au. Das bin ich. Jetzt wird's aber langsam mal Zeit für den Spalsam. Balsam. Okay, noch ein Balsam, bitte. Ich versuch' mein Bestes. Okay. Kriegspfeile, Kriegsbolzen. Und da sind jede Menge Drachenkultisten und Mantra-Key. Die ich erstmal so gut es geht ignoriere. Okay. Oh, von der Seite kommen Riesenskorpione, ne? Okay. Ja. Ich hab's gerade gemacht. Okay, Glendis hat es ziemlich schnell umgehauen mit diesem blöden Riesen-Skorpion. Okay, jetzt wird es unschön. Hmm... Quick Save. Okay, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. Ja, das bin ich. Zeridus, Zeridus, Astus. Jetzt wird es ernst. Das bin ich. Candidus. Das hat jetzt querterlaum gehauen. Das ist nicht so schön. Noch ein magisches Amulett. Noch ein geschmeideter Raya. Heil dich mal. Heil sie mal. Okay. Gut, dann kümmern wir uns erst mal um die hier. Aber die verteidigen scheinbar auch. Also erst mal den Mantraki hier ausschalten. Nicht, da sind Harpien aufgetaucht. Okay, das wird ungewöhnlich jetzt gerade. Das ist nicht so schön. So. Okay, dann kommen wir uns erst mal wieder. Ich verzeuge uns erst mal wieder. Ich verzeuge uns erst mal wieder. Und jetzt kommen wir mal wieder Zeridus. Jetzt sind wir hier, ich hatte auch alles mal wieder. Nichts, es wird so gut gekürt. Wir haben ja noch nicht mehr waiting. Und dann machen wir uns erst mal wieder. Ja, es wird soviel. Wir haben uns nicht immer wieder. Und dann kaufen wir das ja noch nicht. Und dann können wir jetzt viel miri biologisch für. habe ich überhaupt noch mal gespeichert habe ich gerade jetzt noch mal gespeichert oder nicht ja ich habe gespeichert gut ganz ehrlich kann ich die nicht anlocken so damit ist einer schon mal weg so jetzt muss noch der weg ok glatt ist daneben geschossen gewinner hat getroffen gut das war das alles klar gut jetzt können wir eigentlich hier abzweigen und uns um sie skorpione und die kultisten hier zu kümmern du mach mal den da weg mit dem hammer oh 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 kommt jetzt auch wieder was ein mantra käden leutnant irgendwas auch Ja. Ark Valtos.